so hallo und herzlich willkommen zum neuen food vlog heute hier unten die 1 und 2 die kameraden die gibt es im actionmarkt für 1,50 euro white west original beef jerky cuts of silverside beef marinated and smoked das von der firma meat snackers group in milton keens und hier the taste of south afrika krugabeltungen marinated prime lean beef and tried and sliced erd reitens heißt also südafrikanisch von meat snacks group in milton keens aber der mann zuvor wenn man hier öffnen made in the scottish highlands nicht wieder verschließbar also wollen wir hier probieren so ein kleines stück ich bin hier rüber will nicht nun ja lecker das ist ziemlich wild die wird mal gucken was hier drin steht rindfleisch rautzucker glutenfreie sojasauce wasser sojabohnen ich bin hier stehen geblieben salzessig natürliches natürliches aroma das konzentrat knoblauchpulver zeebeln paprika sauerstoff absorber nicht zum verzehr geeignet kühl und trockennageln nach dem öffnen innerhalb von drei tagen verbrauchen muss nicht im kühlschrank gelagert werden ok nähwerte brennwert 286 kalorien und der hier 274 5 gramm fett links 4,5 da bababa rindfleisch brennwert 306 salz soja protein soja protein paprika extra bla bla ich sehe da keine unterschiede großartig 5 gramm protein bei dem hier sind 39 also hier ok wenn ich mal hier das bildung probieren ich will zu beschreiben der geschmack schmeckt mir das hier besser also schmeckt das hier schmeckt jetzt schlecht aber das schmeckt mir das hier besser ja gut aber kann man ja nichts verkehrt machen mit mit bieb jerky ich habe schon ganz viel die jerky gefuttert aber ist okay so dass hier ist besser dankeschön fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video wie immer gilt tschüss mario schwenkt tot tschüss vorab und schwenkt die gab